Emily ist CFO eines schnell wachsenden Unternehmens. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es schwierig, die Kreditwürdigkeit von Unternehmen zu prüfen und neue Kunden und Partnerschaften zu identifizieren. In der Regelung für Unternehmen zu treffen, hat sich Emily für iCone entschieden, die neue Informationsplattform von Cofas. iCone versorgt sie mit hochwertigen Daten. So kann Emily die finanzielle Situation ihrer Geschäftspartner und Kunden analysieren und die Kreditrisiken für Unternehmen einschätzen. Die Informationen von Cofas sind ein wertvoller Baustein im Forderungsmanagement. Dank iCone hat Emily Zugriff auf wertheitige Informationen und Risikobewertungen, die auf der langjährigen Expertise von Cofas beruhen. Individuelle Krediturteile empfehlen den Höchstwert von Lieferungen auf Rechnung an einen bestimmten Abnehmer. Sie basieren auf den Zahlungserfahrungen und der Expertise der Kreditprüfer von Cofas. Mit diesen Informationsprodukten nutzt Emily für ihre Entscheidungen die Cofas-Expertise als globaler Kreditversicherer. Die individuellen Krediturteile beinhalten das sogenannte Cofas Diptor Risk Assessment, auch DRA genannt. Der DRA ist ein Wert, der die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens widerspiegelt. Diese Bewertung basiert auf verschiedenen Indikatoren, zum Beispiel der Solvenz, der Profitabilität oder dem Zahlungsverhalten des Unternehmens. Mit dem Risikomonitoring Service informiert Cofas ihre Kunden über alle Veränderungen in der Bewertung eines Unternehmens. Das Monitoring steht in allen Informationsprodukten zur Verfügung. Wenn Emily ihre eigene Risikoanalyse überprüfen oder ergänzen will, kann sie einfach eine detaillierte Wirtschaftsauskunft anfordern. Die enthält vollständige Finanzdaten, eine Risikobewertung und ein empfohlenes maximales Kreditlimit. Außerdem die Zahlungserfahrungen von Cofas. ICON bietet viele Services und wird zukünftig noch weitere Funktionen und Produkte bereithalten. Wie Emily können Sie mit ICON Entscheidung auf Basis der Risikomanagement-Expertise von Cofas treffen, Ihre Risiken einfach und übersichtlich im Blick behalten und Cofas-Bewertungen nutzen, um neue Geschäftsbeziehungen auf- oder auszubauen. Fragen Sie nach einer Demo-Version via information.cofas.com www.cofas.com